42 City tour Stadtbesichtigung Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Darf man fotografieren? Muss man Eintritt bezahlen? Wie viel kostet der Eintritt? Wie viel kostet der Eintritt? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Gibt es eine Ermäßige? Was für ein Gebäude ist das? Was für ein Gebäude ist das? How old is the building? Wie alt ist das Gebäude? Wie alt ist das Gebäude? Wer hat das Gebäude gebaut? I'm interested in architecture. Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Malerei.